heute wollen wir uns noch mal so ein bisschen beschäftigen mit den posteos ihr lieben ja ich mache noch mal vor also dann bin dann dann pause pause also 1 2 3 wichtig ja ja immer nur vom daumen nicht vom arm nicht vom handgelenk wird sehr gut das sah jetzt schön ruhig aus so jetzt gucken wir uns noch mal carretillas an langsame carretillas jetzt machen wir zum entspannen wieder ein picado stück zwei und drei und vier